In vielen Teilen der Welt sind Themen um die weibliche Gesundheit noch immer ein Tabu. 66 Sekunden. Auf den Punkt gebracht. Wunderbar. Wirklich fantastisch. Ja, fand ich auch. Oder? Sehr gut. Was können sich die Leute unter dem Shake-Up denn so vorstellen? Naja, es handelt sich um einen Dreitages-Workshop mit einem Pitch-Coach. Wir alle spielen Theater. Ich hab mir überlegt, vielleicht ist es Zeit für einen Hypnose-Therapeuten. Wegen der Raucherei? Du musst nur willensstark sein. Könnte es sein, dass das Rauchen nicht ihr Problem ist? Ich treffe eher Entscheidungen, von denen ich denke, dass andere sie gern so hätten. In dem Punkt scheint ihr euch wirklich sehr einig zu sein. Absolut. Ich denke, sie halten sehr vieles zurück. Wir sollten etwas Radikaleres ausprobieren. Sie hören nur meine Stimme jetzt. Wie ist denn überhaupt deine Hypnose letztens gelaufen? Es war eine Hypnotherapie. Und reiner Hokus-Pokus. Aufmerksamkeit ist nichts, was wir kriegen, sondern was wir uns verdienen. Nicht so, sondern so. Was ist los mit dir? Ja. Ich hab den Eindruck, du nimmst das alles überhaupt nicht ernst. Äh, I don't know. Wie im Zirkus. In der Manege. Mama, Mama, ich blute. Was passiert hier? Es hört einfach nicht auf. Sie geht nicht ans Handy. Oh mein Gott. Wir begeben uns jetzt auf eine mystische Reise. Wir beegangen. Untertitelung des ZDF, 2020